Jürgen Klopp kann das Vorgehen des FC Barcelona nicht nachvollziehen. Und das aus verschiedenen Gründen. Der eine Grund ist, ich bin kein Finanzfachmann. Der zweite, wenn man mir sagt, ich habe kein Geld, dann gebe ich nichts mehr aus, sagt er der 55-Jährige in einem Interview mit dem Kicker. Trotz der finanziellen Lage haben die Katalanen auf dem Transfermarkt ordentlich zugeschlagen. Immer wieder hält sich Barca mit 9 Millionen Deals über Wasser. Erst am Freitag verkündete der Verein den Verkauf weiterer Anteile an den Barca-Studios und generierte damit 100 Millionen Euro zusätzliche Einnahmen, die dann auch die ersehnte Spielregistrierung von Robert Lewandowski ermöglicht haben. Der Hamburger SV lehnt die Finanzspritze von Unternehmer Klaus-Michael Kühne in Höhe von 120 Millionen Euro ab. Der Grund dafür sind die Bedingungen, die an dieses Angebot geknüpft sind. Das an uns herangetragene Angebot ist in dieser Form nicht umsetzbar. Daher sehen wir es vor allem als weiteren Impuls, mit dem wir uns beschäftigen werden, sagte HSV-Präsident Marcel Janssen in einem Interview auf der Club-Homepage. Vor allem die Forderung des Milliardärs stößt beim Club auf Ablehnung. Der Geschäftsmann will seine Anteile an der AG um rund 25 Prozent erhöhen. Damit würden die Anteile des Vereins drastisch sinken. Trotz seiner schweren Knöchelverletzung führt Alexander Zverev das deutsche Team beim Davis Cup-Heimspiel in Hamburg Mitte September an. Wie der Deutsche Tennisbund am Montag bekannt gab, gehört der 25-Jährige zum fünfköpfigen Team für die Zwischenrundenpartien gegen Frankreich, Belgien und Australien. Zverev arbeitet nach einer Bänderverletzung im rechten Knöchel gerade an seinem Comeback. Einen Start bei den US Open Ende August hält sich der Olympiasieger allerdings noch offen. Richard Ringer hat bei den European Championships in München überraschend Gold im Marathon gewonnen. Der 33-Jährige triumphierte mit einem sagenhaften Endspurt in zwei Stunden, zehn Minuten und 21 Sekunden vor Maru Teferi aus Israel. Der deutsche Rekordhalter Petros, der auf der langen Zielgeraden auf Silberkurs lag, landete am Ende auf Platz vier. In der Teamwertung gab es für Deutschland zudem Silber. Die letzte deutsche Medaille im Marathon liegt 36 Jahre zurück.